Ja und hallo zu einem weiteren FIFA Video hier auf meinem Kanal Duell60, meine Fußballfreunde. Wir machen weiter mit der 60er Karriere. Und schaut doch unbedingt mal bei meinem Discord vorbei, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, um eben dann sowas wie Videonews zu kriegen, wenn mal keins kommt, sollte aus irgendeinem Grund oder eben einfach mit mir zu zocken oder andere Sachen, mit anderen Leuten zocken. Also wie gesagt, Link in der Beschreibung und jetzt viel Spaß mit dem eigentlichen Video. So, wir sind wieder zurück. Ich habe euch entschieden, hier in diesem Kommentar. Wir werden zum einen den guten alten Mohammed in der Niklas Wilson Sommer verkaufen. Des Weiteren noch den nervigen Anthony. Und dann zeige ich euch gleich noch, welche beiden Spieler wir stattdessen verpflichten. Es wird ein Backup-10er sein und ein rechter Verteidiger. Ihr habt es aber eh schon im Kommentar gesehen. Ihr seht es jetzt gleich auch noch hier im Spiel, die Spieler. Also hier nochmal die beiden neuen Spieler. Hugo Siquet, denke ich mal, spricht mir das aus, als neuer Stamm-RV. Und Matthäus Pereira als ZOM-Backup. Ich hoffe einfach, dass der Kollege nicht allzu teuer sein wird, da der hier schon 40 Millionen kostet. Da hätten wir nur in Anführungszeichen 46 Millionen haben. Jetzt war es ja 47. Ich habe mich jetzt auch entschieden, wegen dem Turnierfinale. Ich werde wieder spielen, aber ihr werdet es wieder nicht sehen, sondern dann nur, ob ich gewinne oder nicht. Und die richtigen Spieler dann in der Liga, die werde ich euch dann wieder natürlich komplett zeigen. Nur damit ihr in der Hinsicht auch Bescheid wisst, damit wir da nicht irgendwie unnötig Zeit verblendet werden in der Transferphase mit dem Vorbereitungsturnier. Die Ergebnisse werdet ihr sehen, aber halt nicht, wie es zustande kommt. Wir treffen uns nach dem Spiel gegen West Ham, außer es sollte bis dahin noch ein Transferstab. Also Magala ist jetzt ausgeliehen und jetzt gibt es noch eine Bestätigung für Kuros dabei, aber dadurch, dass wir jetzt eigentlich kein weiteres Loch bauen wollen, werde ich das ablehnen. Dasselbe gilt für Hybers, weil wir da auch kein Loch bauen wollen. So, wie ihr seht, ich habe es leider im Finale verloren. Können wir nichts machen. Beziehungsweise, ich bin ehrlich, ich habe 1-0 geführt und habe halt dann irgendwann mir gedacht, meistens ist es so, wenn ich 1-0 führe und dann in die Schnellsumulation geht, dass man am meisten gewinnt. So, habe ich es jetzt hier auch versucht. Wie ihr seht, es hat nicht geklappt. Dementsprechend haben wir wohl anscheinend verloren im Elfmeterschießen. Ein bisschen weniger für uns also. So, ich werde jetzt schon mal versuchen, diesen Perera zu verpflichten. Ich habe natürlich, wie gesagt, davor keine Ahnung, wie viel der Wert ist. Ich probiere jetzt einfach mal folgenden Punkt. Nein, Spielertausch. Flügelspieler und dann Anthony und einfach nur Angebot absenden. 22 Millionen. Okay, das könnte echt eng werden mit beiden Transfers. Da würde ich dann tendenziell eher erstmal gucken, dass wir den Stammspieler verpflichten, hier diesen Sequel oder Sequel, wie auch immer man den ausspricht. Auch bei dem wird es aber schon fraglich, ob wir uns zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt leisten können. Also Sommer ist mittlerweile jetzt verkauft, er wollte echt, hatte keinen guten Marktwert, dementsprechend konnte ich auch nur 2,7 Millionen draushandeln. Ich habe das jetzt euch nicht reingeschnitten, weil ihr müsst ja nicht jedes, ja jede Verhandlung begutachten von schlechten Spielern, das reichen die guten Spieler. So, jetzt wurde die Freigabesumme für Hahn bezahlt. Ich wusste nicht mal, dass Hahn einer hat. Okay, dann schauen wir mal schnell. Da Hahn, der ist eh kein Stammspieler bei uns. Wir gucken mal einfach kurz, wo der Kollege ist. Ja, was mache ich da? Ah, genau, ich wollte gucken. Stimmt, Meldos hat er seine 500 Millionen Freigabesumme. Äh, Hahn, 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 Hahn. Äh, nee, da will ich das jetzt aber eigentlich nicht, Kumpel. Da fahren wir mal kurz, ich werde euch delegieren, aber naja, fanden wir jetzt selber. Ich werde jetzt nur seine Freigabesumme wegmachen oder höher machen. Wenn er 17 Millionen wert ist, dann will ich schon so 20, äh, 30, 40 Millionen, Mille. Da geht weiter nur ein Jahr, wichtig nur im Kader, Freigabesumme, machen wir mal 50 Millionen, oder, ja doch, 50, das ist wahrscheinlich so, 40 geht in Ordnung, 40,8. Wenn die immer zahlt, dann gerne, äh, Vertragssituation, äh, ja, manchmal 30.000 kriegst du in der Gehaltserhöhung sogar. Siehst du, Hahn, hat sich doch gelohnt für dich. Hey, und Meldos hat die 1,90 mittlerweile, hat diesmal wieder Schmidt überholt, finde ich cool. So, wir haben uns auch schon einen Scouting-Bericht für Pereira, 17,5 und eine 80er-Gesamtstärke. Ja, dann gucken wir mal, ob wir ihn verpflichten können oder nicht. Aber ich würde mich jetzt erstmal auf den Kollegen, was wollen die jetzt von Batsunu, auf den Kollegen Rechtsverteidiger konzentrieren. Für Anthony kriegen wir einfach kein Transfer-Angebot. Ihr seht doch schon, wir sind schon ziemlich nah am ersten Spiel. Aber jetzt holen wir uns erstmal diesen Sequel oder Sequel. Ich werde auch versuchen, so viel wie möglich rauszuhören. Das heißt, ich kann mir auch vorstellen, hier einen Spieler tauschen mit, boah, was, nur zahlend, aber schon über 100 Millionen Marktwert, ist klar. So ein Spieler tauschen mit Anthony und hat dann, ja, 31,5 Mülle, dann machen wir 32,5, ja genau, 05,6. Angebot absenden und schauen wir mal, 62 Millionen. Ist dann vielleicht doch ein bisschen sehr viel FIFA, yay. Aber wir könnten doch, was, wir könnten 57 Millionen. Ich werde mal auf 40 runtergehen. Ich werde die Freigabe sommer behalten, äh, die Freigabe, die Weiterverkaufsgebühr behalten. Das könnte uns ein bisschen helfen. Aber es sieht gerade im Moment ein bisschen schlecht aus mit dem Kollegen, dadurch, dass der einfach anscheinend ziemlich teuer ist. Sie wollen immer noch die 62,3. Ich mache mal 45 und ich gucke nochmal, ob wir noch irgendeinen Spieler haben, wo ich jetzt sage, den könnt ihr auch abgeben. Vielleicht jemanden, der ein bisschen Marktwert hat, aber halt nicht viel bringen im Verein. Haben wir natürlich keinen. Ja, dann machen wir es wieder so, 45 Millionen. Okay, also zum aktuellen Stand, Zeitpunkt wird es mit diesem Transfer definitiv nichts werden. Ich kann es jetzt nochmal versuchen mit 50 Millionen. Genau 50 und ich nehme erst mal die 5 weg. Aber es sieht sehr schlecht aus, Leute. Also zum aktuellen Zeitpunkt. Ich hoffe einfach, 50 Millionen, nehmt ihr das an? 50 Millionen, nehmt ihr tatsächlich an? Anfragen nehmen wir direkt. Es sei jetzt doch eine Menge Kohle. Ziemlich viel mehr als eigentlich wert ist. Schlüsselspieler wird er. Dann gucken wir mal, Vertrag, definitiv 5 Jahre Kollege. Danke dafür. Eine Freigabesumme möchte er nicht, finde ich super. Und das möchte er halt, das finde ich auch gut. So, nochmal ein bisschen mehr, verstehe. Ja, dann haben wir Sequoia oder Sequoia, keine Ahnung. Ein Imperator wird halt jetzt sehr interessant. Und das wird jetzt gefühlt keine Kohle mehr haben. Ich kann jetzt mal gucken, wie viel haben wir denn noch maximal. Ja, nicht beantwortet, das weiß ich genug. Äh, der ist wie viel Millionen, ja, 17. 17,5. Und wir haben nur noch 4. Ich guck jetzt nochmal finden. Vielleicht können wir doch noch irgendeinen verkaufen. Weil wir vielleicht bei einer anderen Position auf beiden Seiten jemand haben. Kolosser Ball wäre eine Möglichkeit. Weil ich meine, wir hätten jetzt hier Walker. Den ich dann auch mal nach links schieben könnte, wenn es ist. Und den Sequoia oder Sequoia, wie man immer mal den ausspricht. Das wäre halt schon eine Überlegung wert. Und sonst muss man mal gucken. Auf jeden Fall kriegt der mal noch eine weiter unten Nummer. So, die 2, 3, 4. Kriegt die 4. Und wir jetzt noch tendenziell am ersten sagen, Korosser Ball verkaufen. Und natürlich den Kollegen, den wir eh schon verkaufen wollen. Weil anders wird es halt echt schwer möglich. Wir haben zwar noch einen Haufen Jugendspieler, aber die bringen alle keine Kohle ein. Italiano wäre auch noch eine Option mittlerweile, meiner Meinung nach. Wenn ich hier Hahn, Hahn und Otto. Der war da jetzt auch wieder interessiert. Wobei, Otto kann auch auf die 10er Position als Backup, theoretisch. Nämlich nicht das Backup, sondern mal, wenn Schmidt ausfallen sollte. Kann auch nur ein Otto eingesetzt werden für den Fall der Fälle. Dann haben wir jetzt kein übernatürliches Problem. So, ich werde es jetzt zumindest mal nochmal mit Pereira versuchen. Keine Ahnung, ob es klappt. Wir probieren es erstmal mit, äh, Kollege, wie hieß er? Flügelspieler. Anthony, wobei das wird wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich sein. Und noch eine, äh, ja. Problem ist, wir haben auch fast keine Kohle. 5 Millionen haben wir nur 38.000. Das wird definitiv nicht reichen. 18,3. Nee. Wir können es nochmal mit dem Außenverteidiger versuchen. Um, ähm, könnte es Walker-Werk, marktwerttechnisch, gleich auf. Also das wäre noch eine Option. Das probiere ich jetzt nochmal mit 4 Millionen dazu. Marktwert passend, plus 4 Millionen. Ich habe keine Ahnung, ob die so schlau sind, ob das annehmen. Natürlich nicht. Sorry, Gamer-Karfe. Für das erste wird es mit Pereira definitiv nichts. Wir können auch wirklich, wenn sie es auch einfach mit Otto machen, dass der der Backup ZOM wird. Also nicht der komplette Backup, aber eben, wenn mal der andere ausfällt, dann kann auch ein Otto auf 10 spielen und hat dann ein Hahn auf Außen. Und für das erste wird es definitiv nichts werden mit dem Karreiner. Und das war es dann tatsächlich trotzdem auch schon mit der heutigen Folge. Ich werde das Spiel gegen Schalke erst in der nächsten Folge machen. Für euch gibt es nur noch die Abstimmung. Freiburg oder Union. Schalke wird selbst gezockt. Ist mal wieder das Startgame quasi in die neue Saison. und habe dann Freiburg, Union und ich würde sogar dann schon noch Bochum mit in den Eimer werfen. Äh, nicht in den Eimer, mit in den Topf. Also quasi Freiburg, Union und Bochum, damit ihr auch mal wieder was zum Abstimmen habt. Das war es dann mit der heutigen, wahrscheinlich sehr kurzen Folge. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und bis dahin sage ich dann trotzdem erstmal Ciao, bis zum nächsten Mal, Servus. So, das war es dann auch mit diesem Video. Ihr könnt jetzt oben links noch ein weiteres Video von mir anschauen. Unten links die aktuelle Playlist zu diesem Projekt FIFA 22 60er Karriere anschauen. und rechts könnt ihr kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich lieber ein Like und ein Abo freuen. Und aktiviert auch gerne die Glocke. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao und Tschüss. Servus. Und dann an die Abstimmungen. Ciao und Tschüss. Ciao und machen.